moin sind lieber cinema natürlich werde ich die challenge annehmen ich habe auch schon die app hier drauf ich hoffe das kann man jetzt so erkennen ich werde das jetzt mal starten bei 80 schritten bin ich jetzt schon ja ja was für filme habe ich gesehen ich habe gar nicht so viele filme gesehen an dich geht erstmal grüße raus und ich sehen manuell gute frage das habe ich gesehen ich habe gar nicht so viel gesehen ich habe jetzt gerade teo der zocker und teo gegen den rest der welt gesehen und halt diesen neuen der mir überhaupt nicht gefallen hat und da muss ich echt doll überlegen was ich da noch gesehen habe ich bin schon fast bei 200 schritten ja gut dann unterbreche ich jetzt erstmal das video ich bin jetzt schon bei 230 schritten gut ich hatte jetzt 62 schritte schon da und dann sehen wir uns jetzt gleich wo ich das thumbnail mache denn bis gleich in ein paar schritte habe ich noch so jetzt sind wir schon bei 588 schritten ich kann mich hier noch einmal umdrehen dass ich hier auf dem land lebe in dit marschen dass es gerade extrem windig ist hier aber herrlich warm deswegen werde ich dir jetzt gleich ein gutes thumbnail so sind die manuell ich habe hier jetzt 1224 und so sieht das hier aus gucken ob ich hier irgendwas als thumbnail nehmen kann ja an filmen habe ich folgendes noch gesehen da habe ich dennoch die neue verfilmung von aladdin und könig der löwen geguckt ansonsten ist da eigentlich nichts mehr wie gesagt an dich hier nochmal grüße raus lieber zinny manuel hier nochmal der videobeweis dass ich daran auch wirklich teilgenommen habe die beste qualität hat dieses video leider nicht ich feiere deine videos mega und finde toll dass immer neue sachen findest dass du dir gut vorstellst und ja damit bist du top youtuber mach weiter so sinny manuel bis dann der flohmarkt master